Die Wunden, die sie reißen, lassen sich kaum stillen. Sie verfolgen ihr Opfer kilometerweit, bis es vor Erschöpfung zusammenbricht. Sobald es nicht mehr entkommen kann, fressen sie es bei lebendigem Leibe. Es klingt wie eine Horror-Story, doch diese Monster sind real. Diese fleischfressenden Reptilien sind die größten und schwersten Echsen der Welt. Ihr ausgeprägter Geruchssinn kann Blut in einer Entfernung von bis zu vier Kilometer aufspüren. Sie haben scharfe Klauen und gezackte, haifischartige Zähne, mit denen sie ihre Beute ausweiden. Ihr Speichel enthält ein Toxin, das die Blutgerinnung verhindert. Diese Drachen können auch ohne Feuer zu spucken extrem tödlich sein. Heute stellen wir die schlimmsten Angriffe vor. Menschen, die sie überlebt haben und andere, die nicht so viel Glück hatten.